willkommen zu einem neuen video auf dem silver lagplex nein nicht auf meinplex sondern auf lagplex da ihr seht wie hier alles gerade lag ich fahre ihn noch mal auf komme ich hatte ein 26er peng und was ist hier 300 und ich kann ihn nicht abfragen meinplex ist alter irgendwann wenn man sich die arbeit nimmt hier so eine rüstungsstelle einzupacken kann man sich die arbeit nehmen ein pink plug-in zu programmieren wirklich mein flex könnte man wirklich mit tun dann eben nicht junger schaut euch an wie sie wie die gegner einfach nicht so weg regen können weil ich einfach empfiegen von keine ahnung ich weiß es nicht erst zu lächerlich hoch ich hab ich hab kill gemacht so ein krebs der server darüber nicht das schlechteste antischeet der welt da gehen so sachen wie vanilla fly also wenn man mal ein hacker sieht denn hekt er auf jeden fall richtig weil das antischeet ist wie gesagt gut es ist schlechter als das von gomme und das muss man erst mal hinbekommen ja das ist nicht einfach so ich muss mich konzentrieren ich habe 400er ping ich werde das so als dumm clickbait titel nutzen mit 400er fing runde auf meinplex gewinnen genau das wird meinen titel so weil wir wie es aussieht gewinnen wir grad wirklich ne junge es ist zu dumm ne es ist einfach zu dumm dummer what the fuck wir haben okay er hat mich in der luft bekommen wegen meinem ping kann jetzt wirklich alles auf den ping schieben wirklich einfach alles alles ist an dem nein das war knapp hätte das gerade getroffen der muss das auch so ein krebs machen mich rumlegen zu sehen ja dann eben nicht ich bin eh gestorben eigentlich schade jetzt ich habe sozusagen noch ein euro extra falls ich einmal nicht treffen sollte das ist ultra nice das ist wirklich nice besonders wegen meinen fing das heißt falls ich einmal ein fehltreffer habe sozusagen eine zweite chance junge alter ich bin so hart ja das wäre doch zu krass gewesen das ist monster kill junge mein bohem ist gut jungen heißt es ist zu lächerlich nein 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 schade 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 okay er ist auch platz zwei und wir haben den ping ja ist mir jetzt auch egal ich brauche einen kill mann ein kill das ist easy okay jungen 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 haha fuck kakAS kakAS ich habe gewonnen ich habe gewonnen was was also das ist ja was kagAS kagen Ich habe eine 9er-Kill-Kombo mit einem 400er-Pink gemacht. Ja, okay, ich gehe das jetzt hochladen.